Ist das letzte Spiel für Nadine Angerer für Turbine Potsdam. Nadine Angerer hat ihren Platz in den Geschichtsbüchern des deutschen Frauenfußballs klar gesichert. Erinnern wir uns bei der Fußball-WM, da spielte sie 540 Minuten ohne Gegentor und hielt im Finale den Elfmeter der Brasilianerin Marta und wurde danach zur besten Torhüterin der WM gewählt. Nadine Angerer ist auch so etwas wie die Hauptdarstellerin in dem WM-Film Die besten Frauen der Welt, der am 2. Januar um 18 Uhr in der ARD läuft. Eine Dokumentation über die erfolgreiche WM-Titelverteidigung der Frauen in China. Nun, Erfolge machen natürlich auch begehrlich, so ist es auch bei Nadine Angerer. Der schwedische Spitzenklub Dürrgaden will sie haben und sie wechselt dorthin. Zum 1. Januar wird sie dort ihr Geld verdienen. So war das Spiel heute Turbine Potsdam gegen den 1. FFC Frankfurt das Abschiedsspiel für die große Torhüterin. Martin Zimmermann berichtet. Ovationen für eine WM-Heldin. Die vergangenen 6 Jahre war Potsdam Nadine Angers Heimat. Jetzt zieht sie also in den hohen Norden. Und noch ein Abschied gab es zu begehen. Für Steffi Jones ist es das letzte Spiel. Ab Januar ist sie Präsidentin des Organisationskomitees für die Frauen-WM 2011 in Deutschland. Frankfurts Trainer Tritschox lässt sie nochmal spielen, weil er Probleme hat. Garde Frickes, Lingus, Misek alle verletzt. Und Potsdam mit Drang zum gegnerischen Tor. Jaka Schmidt lässt Pia Wunderlich ganz schlecht aussehen. 6 Minuten gespielt. Jennifer zieht mit einem 1. Warnschuss. Potsdam mit mehr Druck, unzahlreichen Chancen und Frankfurt mit einem Eckstoß. 18. Minute. Steffi Jones verpasst. Caroline Thomas ist da und mit ihr das 0 zu 1. Plötzlich sind die Hessenen auf dem Weg zum Finale. Den Potsdamerinnen einen Schritt voraus. Da kann sich Nadine Angerer strecken, wie sie will. Potsdam nur kurz geschockt. Jessica Wich wartet in der Sturmmitte und kommt zu Fall. Nur der Schiedsrichterpfiff bleibt aus einer Fehlentscheidung. Denn Petra Wimberski springt ihr in die Parade. Das hätte Strafstoß geben müssen. So liegt Potsdam zur Pause 0 zu 1 zurück vor den Augen von Matthias Platzeck. Und der brandenburgische Ministerpräsident sieht auch in der zweiten Halbzeit Potsdam im Vorwärtsgang. Gaurin, der Neuzugang aus Norwegen. Endlich mit einem öffnenden Pass. Kerschowski, wieder nichts. Gina Lorraine Lewandowski auf der Linie. Der Pokalverteidiger aus Frankfurt im Dauerstress. Foul an Anja Mittag von Tina Wunderlich. Die nächste Chance für die Truppe von Trainer Bernd Schröder. Und die gefaute Versuchs selbst. Im zweiten Versuch Pfosten. Da waren noch 20 Minuten zu spielen. Nadine Angerer, total unterbeschäftigt. Kann nur zusehen, wie ihre Kolleginnen vorn die Chancen reihenweise versiegen. Nochmal Mittag. Das war die letzte Chance. Frankfurt gewinnt glücklich mit 1 zu 0 und zieht ins Pokalhalbfinale ein. Nadine Angerer verabschiedet sich mit einer Niederlage nach Stockholm. Sehr emotionale Woche und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich froh, wenn ich heute zu Hause bin, weil es wirklich schon ein bisschen die Gefühlslage trübt hier. Die beiden gehen. Nadine Angerer und Steffi Jones. Und die Frauen Bundesliga wird sie vermissen. Und wir haben für Sie noch die anderen Resultate. Bayern München gegen Duisburg 5 zu 2 nach Elfmeterschießen. Gütersloh gegen Köln rechtsrheinisch. Also die Schälsig hat gewonnen. 2 zu 4 auch hier nach Elfmeterschießen. Kreisheim gegen Saarbrücken 0 zu 2. Und Zurbine Potsdam wie gesehen gegen Frankfurt 0 zu 1. Also die Frankfurter Mädels, die können es neunmal in Folge, waren sie schon im DFB-Pokalfinale.